Ähm, ja, heute machen wir... Nein, wisst ihr was? Scheiß auf das Intro! Darf der Kevin bei mir spielen? Genau, genau um dich geht es! Du hast mein scheiß Leben ruiniert! Seit ungefähr einer Woche tauchst du in jedem Video von mir auf und fragst mich, ob der scheiß Kevin bei dir spielen kommen darf. Obwohl ich dich nichtmals kenne. Wer bist du? Was machst du hier? Wer ist Kevin? Und wieso fragst du mich, ob Kevin bei dir spielen darf? Was hab ich damit zu tun? Leute, wisst ihr was? Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wieso regst du dich so auf, wenn eine Katze ein paar Mal fragt, ob Kevin spielen kommen darf? Ja, 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 da habt ihr recht! Ein paar Mal! Vor einer Woche war es auch noch ein paar Mal! Das würde mich relativ wenig jucken! Aber seit gestern ist die Sache so komplett eskaliert! Meine YouTube-Kommentare! Darf der Kevin bei mir spielen kommen? Darf der Kevin bei mir spielen? Darf der Kevin bei mir spielen kommen? Nur in Nicole Engine! Meine Instagram-Privatnachrichten! Darf Kevin bei mir spielen kommen, beauty? Das ist so schön. Nein! Darf der Kevin jetzt bei mir spielen? Nein! Darf der Kevin zu mir? Nein! Darf der Kevin? Nein! Nein! Willst du, dass ich sauer werde? Nein, das will ich nicht! Darf der Kevin jetzt? Nein! Darf der Gustav bei mir spielen kommen? Welcher Gustav? Der Bruder von Kevin! Welcher Bruder von Kevin? Hat der einen Bruder? Hallo, ich bin Gustav! Du bist gut! Du bist eine Mandarine! Darf der Kevin heute bei mir spielen kommen? Oh wow wow wow, Mama! Darf der Kevin zu mir spielen? Ich krieg sogar schon Sprachnachrichten! Darf der Kevin jetzt bei mir spielen kommen? Bitte! Das hört ja gar nicht mehr auf! Wie lange willst du das noch weitermachen? Darf der Kevin bei mir spielen kommen? Nein! Okay! Darf der Kevin bei... Nein! Hallo! Willst du ein Bild von meinem besten Freund Kevin sehe? Stimmt! Wie sieht Kevin überhaupt aus? Weiß das jemand? Schick mal das Bild! Lösch das! Lösch mich nicht! Ich bin Kevin! Du bist nicht Kevin! Du bist ein Fuß! Es wurden sogar Instagram-Accounts gemacht! Kevin kommt zu mir spielen? Darf der Kevin jetzt bei mir spielen? Was sind das für Namen? Mama, darf der Kevin spielen kommen? Ja, hallo! Ich bin eine Katze! Uah! Und mein Besitzer ist Need to Know! Ich bin nicht mal als dein Besitzer! Uah! WhatsApp-Gruppe für meinen Besitzer! Du hast eine WhatsApp-Gruppe gemacht? Need to Know-Fangruppe? Regeln! Uah! Nicht beleidigen! Uah! Immer freundlich und nett sein! Uah! Alle Nieten auch abonieren! Uah! Kein Span! Uah! Kein Assessor! Uah! Keine unnötige... Uah! Katzen! Uah! Es ist nur ein jemand in dieser Gruppe drin! Wie traurig ist das bitte schön! Und wer ist das? Dir seht ihr meine besten Freund Kevin! Das ist Kevin?! Du bist Kevin?! Ja, ich bin Kevin! Was laberst du? Ich versteh dich nichtmals! Und ich wusste gar nicht, dass Kevin ein Hund ist! Kevin will spielen, weil... Warte! Du bist Kevin?! Uah! Ich bin Kevin! Ich bin Kevin! Du bist Kevin?! Uah! Ich bin Kevin! Kevin, die Katze! Du bist Kevin! Wer ist Kevin?! Uah! Ich hab den Kevin gefressen! Wieso hast du Kevin gefressen?! Uah! Ich hatte Hunger! Du kannst nicht einfach Kevin essen! Uah! Mama, darf der Kevin zum Spielen kommen? Nein! Darf der Kevin immer noch nicht kommen? Nein! Er darf immer noch nicht kommen! Na schön! Du hast es nicht anders gewonnen! Kevin, hat mich! Uah! Uah! Bon Name! Mama, darf der Kevin bei mir zum Spielen kommen? Uah! Wer ist das? Ein Kumpel, darf er? Okay! Aber nur bis neusten, nur 40! Lasst bitte eure Mütter aus der Sache! Was ist das? Ist das die schwule Version? Uah! Ohren-Augen-Katze? Katze mit Ohren-Augen? Uah! Ich bin eine Ohren-Augen-Katze! Ich habe meine Augen auf den Ohren! Somit... Es kommt eine Webseite, die Ohren-Augen-Katze... Unterbrech mich nicht! Oh mein Gott! Ich wurde sogar ohne das Wissen in einen Gruppen-Chat reingeworfen! Neetu! Uah! Schaut euch das an! Der ist voll mit Katzen! Uah! 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 Das ist alles, was in der Gruppe geschrieben wird! Mir wurde sogar eine E-Mail geschickt! Lea-Mit-U-No! Der hat die Käffn- Uah! Ich glaube ihr wisst worauf ich hinaus will! Die Sache eskaliert im Moment so heftig, dass es nicht mehr normal ist! Und ich sag euch eins! Ich sag euch eins! Der Käffn würde nicht zum Spielen kommen! Egal! Egal wie viel ich noch drunter leiden werde! Ich werde nicht Ja sagen! Und damit basta! Das war's dann! Socken inhalieren und Kanal abonnieren! Und Glocke aktivieren! Tschüss! Tschüss! Glocke aktivieren!